Heute geht es nämlich auf die 27 Grad zu. Die Sonne lacht so schön in die Kamera rein. Ich liebe das. Vögel sind auch schon fröhlich und zwitschern, aber leider sitzt hier keiner auf dem Baum. Schade. Meine Mama sagte, die Spalten flogen heute sehr tief. Nur halt, ob es heute zum Regen kommt, das weiß man nicht. Es soll ein bisschen nass werden, haben sie gerade gesagt im Westen. Wir sind ja im Westen, aber das glaube ich nicht. Daran heute ja wieder ein Geburtstag ist. Das glaube ich nicht, dass heute wieder ein Geburtstag ist. Daran glaube ich nicht, dass heute was runterkommt vom Himmel. Man sieht hier nur einen klaren Himmel mit so ein paar Wolken im Himmel. Aber die machen ja nicht viel, die Wolken. Vögel sind ja alle bei der Tonne da hinten. Ich wünsche euch einen schönen, sonnigen Donnerstag. Aufsicht ist klar bei mir. Könnt ihr heute noch was zum Himmel fahren. Ich wünsche euch alle noch einen schönen, sonnigen Tag und viel Spaß bei der 27 Grad Hitze. Und das war einanesien. Das war ein Parrot im Gegenstand.